hallo hier ist muho auf deutsch heute ist der 6. november bis gestern hatten wir session heute ist ein wunderschöner herbsttag im herbst wenn das wetter schön ist kann es tagsüber noch sehr warm sein man kann dann auch mit dem t-shirt manchmal herumspazieren abends und in den morgenstunden ist es empfindlich kalt und wahrscheinlich wird es entweder ende des monats oder im dezember dann anfangen zu schneien bis dahin müssen wir das ganze gemüse geerntet haben die gebäude gegen die schneemassen schützen und auch genug holz hacken und hier ran transportieren für den ofen heute gibt es eine nachricht für die die send for nothing den film von werner penzel und ayako mogi mit sabine timothée und der hauptrolle der hier vor einigen jahren in antaiche gedreht wurde und letztes jahr im kino war für die die den verpasst haben im kino gibt es ihn am siebten das wäre morgen um viertel nach zwölf nachts kurz nach mitternachts bei arte zu sehen und wer ihn verpasst kann ihn sich auch noch online für drei monate angucken ich werde einen link hier drunter packen für alle die den film noch nicht gesehen haben jetzt gäbe es die möglichkeit und ansonsten arbeite ich zurzeit an zwei neuen manuskripten eins wird über dogen sein für leute sich speziell für dogen oder send praxis interessieren das wird wahrscheinlich recht bald schon rauskommen und ein anderes das ist noch ein projekt stadium das werde ich dann im winter schreiben also für all die die sich beklagen dass ich nicht genug auf deutsch schnappe es wird dann bald wieder die gelegenheit geben von mir auch was auf deutsch zu lesen ok für heute vielen dank für die aufmerksamkeit